Ich hoffe einfach mal, dass ihr versteht, was ich hier meine, aber meiner Meinung nach ist das absolut scheiße. Und danke Sam, ey, das ist doch... Das Spiel ist echt nur lag. Es ist einfach echt nur lag. Ja, komm, lass mich am besten noch letzter werden. Komm, lass dem nochmal eine Bulle ziehen und dann bin ich letzter. Perfekt. Moin Leute, was geht? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart Wii Online. Es fühlt sich schön an, mal nach einer langen Zeit. Wieso? Warum kann ich hier bitte Custom Tracks wählen und warum ist das so eine... Okay, okay, das war jetzt, glaube ich, ein Bug, aber das ist ja egal, Fragezeichen. Also, was? Ich verstehe es gerade nicht, aber ist ja egal. Ja, auf jeden Fall mal wieder nach langen Zeiten Mario Kart Part. Ich glaube, der letzte kam vor den Ferien und das ist nun wirklich schon lange her, also wirklich schon lange. Und die letzten zwei Wochen, wo ich zu Hause war, habe ich eben auch kein Mario Kart Video hochgeladen, sondern... Ach, also, was heißt Video? Kein Mario Kart Part hochgeladen, sondern eben nur Wettbewerbzeug und ein GTA-Video, glaube ich, und sonst nur einmal Mario Bros. Und ja, es tut mir auf jeden Fall leid, dass ich so lange kein Mario Kart Video hochgeladen habe, aber ich konnte leider wirklich gar nichts dafür, denn ich werde euch natürlich jetzt auch erklären, wieso ich so langkeitshoch geladen habe. Es gibt triftige Gründe, ja, das kann ich euch sagen. Wieso ist er da gerade so hoch geflogen? Das ist auch wieder so eine Sache, die ich nicht weiß, warum sowas passiert. Ich denke mal, das war nur ein Lake, weil das sah irgendwie gerade richtig nach dem Unschab aus. Aber das war es bestimmt nicht. Ja, auf jeden Fall, einmal die erste Woche, wo ich wieder zu Hause war, war ich... Ne, das war die zweite Woche, in der ersten Woche, wollte ich aufnehmen. Da waren auch viele von euch online. Und das Problem war einfach, ich habe sieben oder acht Mal einen Disconnect bekommen. So, Sam lassen wir in Ruhe. Wir machen hier ein schönes Team, mit Speedy zusammen auch hier. Du kannst jetzt mal getroffen werden. Bitte schubs mich nicht runter, Dankeschön. Ja, auf jeden Fall war ich da die erste Woche online. Ich habe sieben oder acht Disconnects bekommen und habe jedes Mal neu kommentieren müssen. Ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr und es war dann auch schon 19 Uhr. Und deswegen habe ich es dann gelassen an dem Tag, ja. Also ich hatte dann wirklich absolut gar keine Lust mehr. Und ich denke mal, das ist verständlich, ja. Das war halt extrem scheiße einfach. Ich habe auch jetzt nur noch 6.800 Punkte. Ich habe an dem Tag 1.000 Punkte verloren. Also wirklich, wortwörtlich 1.000. Denn ich hatte 7.900. Und ja, das war wirklich wunderbar. Die darauffolgende Woche, also die zweite Woche nach dem Ferien, war ich dann bei Gary, weil ich habe mal wieder nach langer Zeit bei ihm gepennt und so. Und da konnte ich jetzt natürlich auch nicht so perfekt aufnehmen, sei jetzt mal. Und das ist, denke ich mal, auch verständlich, wieso ich da nicht aufgenommen habe. Und ja, deswegen ist einerseits die Nintendo Switch, darüber will ich nämlich in diesem Part eigentlich sprechen, es ist extrem verspätet. Zwei Wochen, um genau zu sein, oder noch länger. Das Video hat jetzt mittlerweile schon 20 Millionen Views, also die meisten von euch werden das auf jeden Fall schon kennen. Und ja, das ist jetzt halt alles extrem verspätet, das ist alles ein bisschen kacke gelaufen. Ich hoffe, das kommt bei euch trotzdem relativ gut an. Denn meine letzten paar Videos, die ich so hochgeladen habe, sind wirklich furchtbar scheiße angekommen. Die haben alle nur so 70 Aufrufe und das war wirklich... Also das war ein Schlechtheitsrekord, sag ich jetzt mal. Also ich hoffe einfach mal, dass dieses Video das jetzt so ein bisschen rausreißt, was ich hier aufnehme. Ganz einfach, damit ich auch meine Aufrufe bekomme, weil mit 80 Aufrufen bin ich ehrlich gesagt nicht zufrieden. Also meinetwegen bei Mario Bros. 80 gehen da immer noch klar, ja? Also so über 100 ist alles akzeptabel für mich. Aber 60 und 80 Aufrufe und dann... Das ist demotivierend einfach. Also ich merke daran natürlich, dass es euch nicht gefällt, aber die Wettbewerbe will ich auf jeden Fall bringen. Weil es ist einerseits ein kurzes Video für mich, heißt ich habe da nicht so viel Arbeit, kann ich besser auf Schule und so weiter vorbereiten. Und es ist ein kurzes Video für euch, heißt ihr müsst nicht so viel gucken und das Video wird meistens zu 100% geguckt, schätze ich mal, falls ihr es überhaupt anklickt. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall belassen. So, das Item brauchen wir unbedingt und das haben wir. Und wer kommt bekommen, Pau. Ja. Auf welchem Platz habe ich jetzt das Pau bekommen? Auf dem 9. Nein, Sam, 9. Scheiße. Ach, ne. Naja, wie gesagt, ich möchte über den Nintendo Switch sprechen und es kam jetzt wirklich lang kein Mario Kart mehr, aber ab jetzt kommt wieder jede Woche ein gesunder Mario Kart Part für euch. Gesund für euch, nicht für mich, denn ich kriege danach jedes Mal Akkursionen. Aber solange es euch gefällt, macht es mir nichts aus. Ja, also, äh, 6700 Punkte. Ich würde sagen, ich bin der Oberpro of Vimphi, also, das ist wirklich, äh, ich glaube, so ein Score hatte ich zuletzt 2014. Und das ist kein Witz. So ein Score hatte ich zu Beginn von Vimphi. Oh mein Gott, 6700 Punkte. Klasse. Aber das soll ja jetzt nicht das Thema sein. Wie schon gesagt, das Thema soll jetzt endlich mal Nintendo Switch sein. Übrigens, ähm, ich bin leicht erkältet, ich habe auch mega Halsschmerzen momentan. Deswegen nicht wundern, wenn ich mich irgendwie komisch anhöre oder wenn die Audio sich halt allgemein anders anhört wie normal. Das wird daran liegen, ja. Und, ähm, ja, ich habe überlegt, ob ich diese Woche ein Pad aufnehme, aber ich habe jetzt, ich hätte dann drei Wochen, wo ich eigentlich ein Pad hätte aufnehmen können, nichts hochgeladen, ja. Und das wollte ich euch, wollte ich euch nicht anbieten. Des Weiteren, es sieht einfach scheiße aus, wenn man mit 1.950 Aponenten oder so, das haben wir bald geknackt übrigens, ähm, dann zu 60 aufrufen soll. Das ist einfach furchtbar. Also, für mich wäre das schon ziemlich schlimm, sei ich jetzt mal wirklich so ehrlich. Also, es kommen mir jetzt natürlich nicht nur auf die Aufrufe an, aber, naja, ihr versteht schon, was ich meine. Ja, auf jeden Fall, es soll jetzt endlich mal über die NX gehen. Es kann sein, dass es zu spät ist. Es kann sein, er bulletet, oh mein Gott, ey. Jetzt haben wir echt den Schock verloren. Das ist doch echt nicht wahr, ey, das Spiel lasst mich. Es kann sein, dass es zu spät ist. Es kann aber auch sein, dass es euch nichts aus, als ob wir jetzt noch einen Blitz bekommen haben. Als ob WTF und ich werde schon wieder dauernd unterbrochen, ey. What the fuck? Als ob wir jetzt... Ja, okay, lassen wir Mario Kart einfach mal Mario Kart sein. Ähm, ich hoffe einfach mal, das lohnt sich noch für euch, das anzugucken, denn ich habe jetzt so noch ein paar Fakten, die vielleicht in den Trailer nicht so zu sehen sind und die euch vielleicht auch interessieren. Das war minimal knapp, sag ich jetzt mal. Ähm, und zwar einerseits weiß ich ein bisschen was über das Display. Ich habe mich da noch mal ein bisschen informiert für das Video. Und, ähm, weiß also ein paar Stats von der Konsole, die jetzt nicht allzu prickelnd aussehen. Obwohl, eigentlich ist es auch ganz okay, aber dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall, ähm, erstmal den Trailer. Den, äh, fand ich persönlich jetzt nicht so toll. Also irgendwie die Musik, keine Ahnung, fand ich nicht gut gewählt. Und dann, dass es auch nur so gut wie alte, äh, Spiele gezeigt wurden. Fand ich jetzt auch nicht so toll. Da kommen wir, würde ich jetzt gleich zu den negativen Sachen auch kommen. Und zwar sind das ja praktisch nur View-Spiele gewesen. Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte einen Stunt machen und nicht die Alters nach hinten legen. Nicht Trottel. Äh, und zwar sind das ja praktisch nur View-Spiele gewesen, außer Skyrim. Allerdings, also Skyrim muss ich ehrlich sagen, finde ich geil. Finde ich richtig geil. Also die Idee, sag ich jetzt mal. Das Problem ist allerdings, ähm, das Spiel ist von 2012. Ne, Spiele von 2012, 2017 auf der Nintendo NX. Das, also, es ist ja eine coole Idee und so, aber. Spiele von 2012, 2016 auf der NX als neuer Release. Das, das kann doch nicht gut gehen. Also, ich hoffe einfach mal, dass ihr versteht, was ich, was ich hier meine. Aber meiner Meinung nach ist das absolut scheiße. Und danke, Sam, ey, das ist doch. Das Spiel ist echt nur Lack. Es ist einfach echt nur Lack. Ja, komm, lass mich am nächsten noch letzter werden. Komm, lass dem noch mal eine Bulle ziehen und dann bin ich letzter. Perfekt. Einfach nur geil. Also, das muss ich echt mal sagen. Das Spiel ist einfach nur noch scheiße. Es legt mich einfach nur noch auf. Das ist peinlich. 6700 Punkte, das ist einfach nur noch peinlich. Aber ich kann ja da nichts für. Ich wachse nur die ganze Zeit zuerst und zu zweiter und dann... Naja. Ich hab wieder nichts, so gut wie nichts vom Thema gesagt. Wir müssen das echt mal ändern, Leute. Ich muss echt im ersten Teil des Videos schon anfangen, über das Thema zu reden. Aber ich denke mal, das schaffen wir auch so. So, nun kommen wir aber mal zu ein paar NX-Fakten. Upsalat, das war meine V-Mode, aber... Ja, es backt. Oh mein Gott, ey. Was ist das? Einfach genau in der Sekunde fällt mir die V-Mode drunter. Ja, ist die die, boi. Ja, jetzt komme ich auch mal zum Thema, Leute. Wer hat das erwartet? Ach hier, Mom ist auch dabei. Okay. Das fand ich jetzt nicht so nett, ne? Nein, Spaß. Ich kann... Ich komme einfach nicht zum Thema. MyCard ist einfach so eine Sache, da kann ich einfach nicht durchlabern. Es ist einfach zu viel, was ablenkt. Meine Stimme ist hier gerade komplett im Arsch, aber... Naja. Ja, also. Es wurde bekannt gegeben, beziehungsweise es sind noch Gerüchte, ja? Macht euch nicht darauf fest, dass es genau so ist, wie ich euch hier alles erzähle. Ich erzähle euch das, was ich so praktisch herausgefunden habe, beziehungsweise was ich so gelesen habe, was ich so mitgeteilt bekommen habe. Und nicht das, was auch zu 100% passiert, denn ich bin ja kein Nintendo-Mitarbeiter und weiß hier alles Mögliche, was die vorhaben oder was weiß ich. Also macht euch da nicht so viel aus. Ich erzähle euch jetzt das, was ich weiß und was ich gelesen habe, ja? Den Trailer konntet ihr ja alle entnehmen, beziehungsweise wenn ihr ihn noch nicht geguckt habt, dann werde ich euch verlinken auf jeden Fall. Ihr konntet den Trailer auf jeden Fall entnehmen, dass größtenteils Wii U-Spiele geportet wurden. Und das wird auch höchstwahrscheinlich so sein. Heißt, es werden viele Wii U-Spiele wie Splatoon und Minecraft 8 geportet. Da hätte ich mal kurz auch eine Frage an euch. Würdet ihr solche Spiele wieder kaufen, also Minecraft 8 und so? Ich persönlich sage nee. Also Splatoon vielleicht, ja? Das Spiel fand ich cool, aber Minecraft 8, ich weiß nicht. Ich finde das jetzt nicht so schlecht, ja? Aber nochmal kaufen. Warum? Das wäre erstmal so meine Frage. Würdet ihr das nochmal kaufen oder würdet ihr das eher komplett lassen? Oder würdet ihr die Konsole überhaupt kaufen oder würdet ihr das komplett ausfallen lassen, ja? Das fände ich cool von euch, wenn ihr mir die Frage mal beantworten würdet. Bitte habt mal einen Stern. Bitte habt einen Blitz, meine ich. Ja, hat sie nicht. Nice. Des Weiteren weiß ich ein bisschen was über den Bildschirm. Und zwar soll der Bildschirm, der nächstes, soll ja sowohl eine Heimkonsole als auch eine Standkonsole werden. Beziehungsweise eine Heimkonsole, meine ich natürlich. Ne, ein Handheld und eine Heimkonsole. So, jetzt habe ich es richtig. Soll es werden. Und, ähm, dieser Bildschirm soll 720p Auflösung haben und die Konsole an sich 4 GB RAM. So, für ein Handheld wäre das optimal. Das wäre wirklich klasse. Also, 4 GB RAM und 720p für ein, ähm, für ein Handheld wäre wirklich nice. Das wäre schon sehr gut. Das Wii U Gamepad hat 480p, soweit ich weiß. Aber das finde ich auch okay. Das wäre auf jeden Fall nice. Aber wir besprechen das im nächsten Rennen. Also, das Wii U Gamepad, oh, wir fahren übrigens diese der Bestrecke, fällt mir gerade auf. Das Wii U Gamepad hat 480p Auflösung, aber das geht meiner Meinung nach auch noch, ja. Also, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Es ist ja praktisch nur das Gamepad. Man kann ja auf dem PC mit 1080p spielen. Und, ähm, da wären wir gleich bei einem wirklich wichtigen Punkt, für mich jedenfalls. Und zwar, wenn der Handheld 720p hat und 4 GB RAM, habe ich ja schon gesagt, das ist wirklich klasse. Das ist wirklich ultra geil für einen Handheld, ja. Allerdings, die Heimkonsole, wenn die nur 720p hat, dann muss ich sagen, dass Nintendo wirklich einen Schritt zurückgemacht hat. Denn 720p, das ist einfach ein Schritt in die Vergangenheit. Da müsst ihr mir, denke ich, mal zustimmen. PS4, ich weiß jetzt gar nicht, ob die 4K unterstützt, aber ich glaube schon, weil es gab ja irgendwie mal eine Playstation 4K. Ja, muss es geben, ihr müsst ja 4K unterstützen. Da kennt ihr mich nicht so gut mit aus, deswegen, ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Deswegen, äh, für die, die es wissen und euch, könnt ihr euch selbst so eurer Meinung bilden. Und 720p ist da einfach nichts gegen. Des Weiteren, der Arbeitsspeicher 4 GB RAM sind gut. Allerdings, nur für den Handheld, für die Heimkonsole, wäre das schon ganz schön nüchtern. Denn, äh, es wäre schon ganz schön krass. PS4 hat, äh, glaube ich, 8 GB. 2,5 gehen da zwar für das System raus, äh, drauf, aber das ist trotzdem wesentlich mehr als die Wii U. Die Wii U hat 4 GB. Ne, 2 GB hat die. Und da geht ja auch nochmal was für das System drauf. Also hat die Wii U eigentlich extrem wenig RAM, wie ich jetzt so, wie ihr jetzt so sehen könnt, sei jetzt mal. Und das ist wirklich extrem schade. Also, 4 GB RAM, ich weiß es nicht genau. Es wurde mir auf jeden Fall, ich habe das gelesen, es wurde mir auch bestätigt, beziehungsweise gesagt von vielen Leuten. Aber ob das nur so ist, das weiß keiner. Und, ähm, deswegen lasst euch nicht von mir demotivieren, sondern wir, wir sehen erstmal, wie es wird. Das Release-Datum ist übrigens, wann war das jetzt nochmal? Am 19? Oder am 13. Januar. Am 13. Januar war es, da wollte Nintendo endgültig alles ankündigen und alles klar machen und sagen. Ja, das wäre so das Datum für euch, wo ihr dann alles nachgucken könnt und euch dann auch zum Kauf entscheiden könnt. Also, meiner Meinung nach ist das eigentlich cool, dass man jetzt Handheld und Heimkonsole so verbindet, sage ich jetzt mal. Allerdings wäre es, als Handheld wäre es gut, als Heimkonsole nicht so. Denn, es ist immer noch schlechter als die Playstation 4 und die ist nun schon ein paar Jahre draußen und das ist wirklich ein Schritt nach hinten. Ja, wie ihr das Ganze findet, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe mal, das Video bessert jetzt so ein bisschen das aus, was ich die ganzen letzten Wochen hochgeladen habe, beziehungsweise von den aufrufenden Likes her. Also haut mal kräftig auf den Like-Button und schreibt mir eure Meinung zu den Nix in die Kommentare. Und, joa, wir sehen uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt Let's Play My Cut We Online. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und schaut euch auf jeden Fall meinen Trailer an und sagt mir, was ihr von Nix haltet. Ist das ein Flop oder ist das eine gute Idee? Gut, dann bis nächste Woche. Haut rein und ciao.